Die Stadt Laumburg liegt direkt an der Elbe. Laumburg ist die südlichste Stadt in Schleswig-Holstein. Wir haben hier eine sehr schöne Altstadt mit vielen Sehenswürdigkeiten. Wir haben ein Künstlerhaus und wir haben unter anderem auch ein Elbscheffahrtsmuseum. Und das liegt hier. Juhu, da seid ihr. Herzlich willkommen in Laumburg im Museum. Da links von euch an der Seite vorbei ist der Eingang. Ich komme mal runter. Moin Moin hier aus Laumburg. Wir befinden uns hier vor dem Elbscheffahrtsmuseum. Ein ganz tolles Museum in der Laumburger Altstadt, direkt hier neben der Kirche. Neben mir steht Jörn Bohlmann, der Leiter des Museums. Und der möchte uns heute mal das Museum zeigen. Jörn, alles gut bei dir? Können wir starten? Alles in Ordnung. Kleiner, schneller Rundgang durchs Museum. Dann gehen wir mal rein. Juhu! Und hier geht es auch gleich los, Jörn. Hier ist der Eingang. Wenn man also das Museum besucht, kommt man rein und muss hier eigentlich rein, um sich ein Kärtchen zu kaufen. Genau. Hier ist die Touristeninformation und da kann man auch die Tickets kaufen für das Museum. Und das sorgt dafür, dass wir einmal sieben Tage in der Woche geöffnet haben. Jawohl! Okay. Kein Tag geschlossen. Auf ins Museum. Jawohl! Das Laumburger Elbscheffahrtsmuseum hier in der Altstadt hat natürlich Geschichte. Jörn, erzähl uns ein bisschen was über das Haus. Seit wann gibt es hier das Museum? Ja, wir sind hier also in dem alten Rathaus. Wir gehen mal rüber gleich, dann können wir das ein bisschen im Gehen erzählen. In dem alten Rathaus der Stadt von 1743. Und hier ist vor knapp 100 Jahren 1927 das Heimatmuseum eröffnet worden. Und das ist dann Anfang der 60er Jahre zum Elbschifffahrtsmuseum geworden. Und ich bin da ganz froh und stolz, weil das ist ein richtiges Themenmuseum zur Elbscheffahrt. Und das gibt es in Deutschland tatsächlich nur hier bei uns. Gut, über die Geschichte der Elbscheffahrt steigen wir später noch. Da steigen wir noch später ein. Gibt es noch viel zu berichten. Das ist ja der erste große Flur. Was sehen wir hier? Genau, das ist der alte Rathauseingang. Da war das früher auch der Haupteingang des Hauses. Und hier fängt Uwe Franzen, das ist unser Museumsgestalter, schon an, die Geschichte zur Elbscheffahrt zu erzählen. Und das, was vielleicht ein bisschen unkonventionell wirkt, ist mal auf den ersten Blick, ist, dass er damit anfängt mit so einem Muskelmann. Da fängt er nämlich auf, wie viel Kraft, wie viel Energie kostet das eigentlich, so ein Schiff zu bewegen, was ist Fracht, wie viel Energie steckt denn da drinne. Sondern um Kinder, Jugendliche auch zu aktivieren und Erwachsene natürlich auch, dürfen die sich dann ganz gerne auf dieses Trimmrad setzen und zu gucken, wie viel MPS produzieren wir dann eigentlich, wenn wir was ziehen, wenn wir unterwegs sind. Und ansonsten sind so die verschiedenen Themen im Haus zur Elbscheffahrt in den kleinen Räumen hier aufgefangen. Und die würde ich euch ganz gerne einmal zeigen. Genau, wir sind hier im Flur. Wir starten mal mit dem ersten Raum. Jawohl. Ein Raum voller Schiffsmodelle sehen wir hier. Was hat es damit auf sich, Jörn? Ja, diesen Raum, den nennen wir 1000 Jahre Elbscheffahrt. Das ist eigentlich ein bisschen ein falscher Name, weil die Elbscheffahrt ist ja viel älter. Kann man ganz kurz erzählen, so fängt Uwe Franzen dieses Thema oder das ganze Museum eigentlich auf, indem er im ganzen Museum überall haben wir Schirme, wo Filme laufen oder wo man über andere Schirme, das sind auch diese hier, die hier so schräg stehen, verschiedene Medien abrufen kann. Das sind immer Touchschirme, das heißt, man kann da einfach einmal draufdrücken und dann werden einem verschiedene Themen angeboten. Hier zum Beispiel zur Schleppschifffahrt oder Elbe und Schiffe. Und wenn man so ein Thema wählt, dann kann man sich da verschiedene Dateien abrufen und eben auch vergrößern und angucken. So, und dieses Thema Elbscheffahrt, da haben wir einen zweiteiligen Film. Die sind so vier, fünf Minuten lang, die Teile, wo erzählt wird, boah, wie ging das eigentlich los mit der Elbscheffahrt und wie hat sich denn so die Technik der Schifffahrt entwickelt. Und das wird gezeigt in diesen Vitrinen. Die Modelle sind alle im gleichen Maßstab, das heißt, man kann die ganz gut miteinander vergleichen und kann da eigentlich chronologisch verfolgen, wie sich die Technik entwickelt hat. Und das Schöne ist, dass Uwe, also Uwe Franzen, der Museumsgestalter, das so liebevoll gestaltet hat, dass wenn es hier zum Beispiel um das Segeln geht, dann gehen da oben auf die Vitrinen diese Ventilatoren und man kriegt so ein bisschen Wind ins Gesicht. Da sind so viele kleine liebevolle Details. Ja, sehr schön. Von, sehe ich gerade, 1816 oder noch früher, von 982 die ersten Lastkähne bis hin, ja, eigentlich zur Schubschifffahrt. Alles vorhanden, alles in Modellen dargestellt. Ja. Voll über toll ausgedacht und toll umgesetzt vor allen Dingen. Vom Einbau zum Atomschiff, ne? Ja, dieser Raum. Wollen wir gleich rüber zum nächsten? Schneller, kurzer Durchgang? Dann los! Liebe Zuschauer, in diesem Raum, ja, läuft man direkt auf ein Bildnis, auf ein, wie sagt man, auf eine darstellende Kunst hin. Ja, was hat das damit auf sich? Das sind die Treidler. Früher, als man die Schiffe Strom aufbringen musste, da konnte man entweder segeln oder die eben halt ziehen. Und die Leute, die es gezogen haben, waren die Treidler oder die Bometscher. Und das waren verdammt lange Wege, weil mit dem Strom runter ging das mit den Flößern, eben halt durch den Strom. Aber gegen den Strom musste man halt entweder segeln oder ziehen. So, und in dieser großen Karte in dem Raum wird gezeigt, wie lang, wie groß die Elbe eigentlich war und wie viele verschiedene Interessen damit verbunden waren, weil als die ganzen Güter die Elbe runtergingen, Holz zum Beispiel, Geflößtes, da waren so unglaublich viele kleine Orte oder auch größere Städte, die Geld damit verdient haben, Zoll zu nehmen. Das wird hier gezeigt. Einmal, wie viele Länder damit verbunden waren, also wie viele Reichsinteressen damit verbunden waren und wie viele Zollstationen. Eine Fahrt, die früher irgendwie in der Woche gemacht werden konnte, die hat durchaus vier, fünf Wochen gedauert wegen des Bürokratismus, der damit verbunden war. Früher wie heute, ne? Und ansonsten wird in diesem Raum ein bisschen die Geschichte erzählt, wie die Elbe vertieft wurde. Als nämlich die Dampfschifffahrt aufkam, war auf einmal das wirtschaftliche Interesse da, weil das alles viel wirtschaftlicher sich machen ließ. Das wird in diesen Räumen erzählt, wie die Kanäle gebaut wurden, wie tief die Elbe wurde, wie sie ausgepackt wurde, wie man Hindernisse entfernt hat. Auch das wird wieder in verschiedenen Filmen gezeigt oder in diesen Medienstationen und kann man sozusagen sich selbst erstöbern hier in diesem Raum. Genau, hier noch eine besondere Ecke hier ist die Palmschleuse dargestellt. Was hat das mit der Palmschleuse hier in der Nähe der Elbe zu tun? Ja, von dem Stecknitzkanal früher, der ist 1398 eröffnet worden. Da sind wir richtig im Mittelalter. Und das ist also der erste Wasserscheidenkanal in Europa, den wir hatten. Das heißt, man brauchte Schleusen, um Gefälle auszugleichen. Und die Palmschleuse hier ist also tatsächlich in Lauenburg immer noch existent. So eine alte Kammerschleuse. Die Geschichte der Elbe ist natürlich Trumpf hier im Museum, aber auch Geschichte Lauenburgs. Wo haben wir hier zu tun? Hier geht es um die Schipperhöge oder beziehungsweise um die Schifferbrüderschaft. Eine Vereinigung, die im 30-jährigen Krieg gegründet wurde und eine Tradition aufrechthält, die heute immer noch existiert. Bald 400 Jahre. So, das wird hier gezeigt. In diesem Raum geht es um das Leben an Bord der Elbschiffe, sozusagen. Familien waren wochenlang teilweise unterwegs. Und Jörn, erzähl uns ein bisschen was drüber. Ja, in diesem Raum wird die Sozialgeschichte aufgefangen. Das Interessante daran ist, das waren halt nicht immer nur Männer, die die Schiffe gefahren sind, sondern das waren die Frauen, die dabei waren. Das sind die Kinder, die mitgefahren sind. Und die haben an Bord gelebt und gemeinsam gearbeitet. Und das wird hier erzählt, die komplexe Geschichte. Hier gibt es unter anderem auch viele Audiospuren. Das heißt, man kann hier auf den Knopf drücken und dann gehen kurze Erzählungen, an denen man zuhören kann. Hier. Und dann geht ein Text los. Oder halt auch wieder Filme und andere Medien. Gehen wir rüber. Wir wandern weiter. Weiter hier im Museum. Jörn, wo befinden wir uns hier? Ja, hier sind wir in dem Raum mit der Kettenschifffahrt. Das ist ein bisschen was Besonderes für die Elbschifffahrt. Denn in der Elbe lag eine 700 Kilometer lange Kette von Hamburg bis hoch nach Böhm, an dem sich spezielle Schiffe, diese Kettenschiffe, dran langgezogen haben. Da wird also die Kette vorne aufs Schiff genommen und dann über den Windsch gefahren. Und dadurch konnte man zehn solche großen Schleppkähne hinterherziehen. Das war vier Jahrzehnte lang, von 1862 bis in die 20. Jahrhunderten eine ziemlich wirtschaftliche Geschichte. Danach sind die Dampfschiffe so kräftig geworden, dass sich das nicht mehr gelohnt hat mit der Kette. Sollen sich ja noch Kettenreste in der Elbe befinden. So heißt es. Hier liegt ein Stück Originalkette. So. Ja. Sehr schön. Ja, mal weiter. Zum Laumburger Elbschifffahrtsmuseum gehört auch ein großer Seminarraum. Hier finden wechselnde Ausstellungen statt. Aber Jörn, erzähl uns ein bisschen was. Was ist im Moment so Thema zum Beispiel? Ja, es ist genau wie du sagst Sonderausstellungsraum. Im Moment gerade von Solvay in der Berliner Fotografin Solvay Faust, die auf dem Bindschiff mitgefahren ist. Das heißt, hier können wir Sonderausstellungen stattfinden lassen. Hier kann man aber auch Seminare stattfinden lassen oder Aquarellkurs oder was auch immer. Herzlich willkommen. In diesem Raum sind wir frei, das ein bisschen zu bespielen. Ein weiteres Thema hier im Museum sind die Wassermühlen auf der Elbe. Was hat es damit auf sich? Wassermühlen im Prinzip wie Windmühlen, also zum Getreidemalen. Aber eben anstatt die Energie aus dem Wind zu holen, hatte man solche Mühlen in den Strom verankert. Und das herabschließende Wasser hat diese Mühle angetrieben. Das war dann irgendwann einfach ein Schifffahrtshindernis. Und hier wird auch noch gezeigt, ganz interessant, die Flüsserei, weil der Transport von Brennholz und Bauholz in die großen Städte oder nach Lüneburg mit dem Salin war ein bedeutender Wirtschaftsfaktor schon im Mittelalter. Davon wird hier erzählt, ein ganz spannendes Thema. Hier sind wir in dem Hoch- und Niedrigwasserraum. Hier wird gezeigt, wie Hoch- und Niedrigwasser auf der Elbe die Wirtschaft früher betroffen hat, die Städte auch betroffen haben. Hochwasser konnte eine echte Katastrophe sein, weil die Stadt absäuft. Und Niedrigwasser war eine Katastrophe, weil die Schiffe nicht fahren konnten und die Leute ihren Verdienst nicht hatten. Da um dieses Thema geht es in diesem kleinen Raum, einer der kleinsten im Museum. Und dann gehen wir mal rüber. Die Raddampfer auf der Elbe sind ein ganz besonderes Thema gewesen. Auch heute noch kann man viel darüber erzählen. Ja, die Passagierschifffahrt in diesem. Es ging halt nicht immer nur um Frachten, es ging auch darum, die Menschen zu transportieren. Und das fing für die Laumburger Räder um die 1860er Jahre an. Und die waren so erfolgreich mit dem Passagierschiffverkehr nach Hamburg, dass schon 1865, ich meine, das war 65, 68.000 Menschen von Laumburg nach Hamburg und zurückgependelt sind im Jahr. Das war ein sehr erfolgreiches Kapitel, von dem hier die Rede ist in diesem Raum. Eisbrecher auf der Elbe. Früher gab es noch richtige Winter hier in Norddeutschland. Und problematisch jedes Jahr für die Binnenschiffer das Eis. Was gab es da denn für Probleme? Speziell so in den Monaten Dezember bis März. Ja, Eis hat den Verkehr behindert. Das heißt, da war die Frachtfahrt nicht möglich. Vor allen Dingen war Eis ein großes Problem, weil wenn es dann geschmolzen ist und viel Schmelzwasser von oberhalb kam, also oberhalb der Quelle oder von der Quelle, und sich aber so ein Eispropf gebildet hat, hat es also richtig große Katastrophen gegeben. So sind ganze Dörfer wegrasiert worden. Das heißt, es geht nicht nur um diese Schifffahrt, sondern es geht auch ein bisschen um die ganze Geschichte, die dahinter mit verbunden ist. Und das wird in diesem Raum erzählt, von dem ich fühle mich immer am allerwohlsten. Das ist so ein kleiner, gemütlicher Raum mit so einem schönen alten Sofa. Es gab ja früher auch noch oft die Situation, dass die Elbe zugefroren war. Ja, das ist wohl mehr oder weniger Geschichte mittlerweile. Nun hatten wir in diesem Winter immer noch ein bisschen Eisgang, aber zugefroren war sie lange nicht mehr. Im Gewölbe des alten Rathauses befindet sich heute die Schatzkammer der Schiffsantriebe. Was gibt es dazu zu erzählen, Jörn? Ja, wir sind im alten Rathauskeller. Und hier stehen viele alte Schiffsmaschinen rum. Das Besondere ist, hier gibt es keine Tür außer diese kleine, wo wir gekommen sind. Das heißt, man musste hier früh die Wand durchbrechen, um das Museum, die Maschinen hier aufzubauen. Das haben die ehrenamtlichen Museumsleiter gemacht, häufig Ingenieure von der Hitzlerwerft. Das wollen wir mal lobend erwähnen. Die haben hier was ganz Tolles gebaut. Und unter anderem ist hier so ein einzelner Motor, der von der Hitzlerwerft konstruiert und gebaut wurde, aber nie in Serie ging. Das heißt, das ist ein Einzelstück. Das steht hier. Und wir gucken mal ein bisschen weiter, weil es gibt ein paar interessante Dinge zu sehen. Hier sieht man einen Ofen, der befeuert wurde. Das passt wahrscheinlich zum Thema Dampfschifffahrt. Ein Dampfkessel, ganz genau. Da wird vorne Kohle reingeschaufelt. Und dann ist hier die Brennkammer mit der Kohle, die brennt, das Wasser, das heiß gemacht wird, zu dampf wird und die Maschinen antreibt. Auch wieder alles medial aufgearbeitet. Drücken wir den Knopf, läuft der Film los. Lassen wir jetzt mal und können wir nicht weiterreden. Und was dann ganz interessant und ganz spannend ist, das Besondere an diesen vielen Maschinen, die hier sind. Die sind nicht einfach nur tot, sondern die sind auch lebendig, weil die sind elektrifiziert. Und mit einem Stüssel kann man sie starten. Das heißt, man sieht hier zum Beispiel so ein altes Schaufelrad mit so einer liegenden Maschine. Die Schiffe waren sehr flach, das heißt, man konnte die Maschinen nicht endlos tief bauen, sondern musste sie anpassen an die Gegebenheiten auf dem Fluss. Tolle alte Maschine. Neben dem Schaufelrad gibt es natürlich noch ein paar andere schöne Maschinen hier in der Schatzkammer der Schiffsantriebe. Ja, wirkt ein bisschen wie eine Wiederholung. Das ist eine schräg liegende Dampfmaschine von einem Prager Dampfer, die Watschandau, die 1908 gebaut wurde. Auch die ist elektrifiziert, die kann man anschmeißen und kann man eben halt eine ganze Menge interessante Technik und physikalische Effekte mit erklären. Jörn, ich habe gehört, es gibt auch Führungen, speziell hier unten in der Schatzkammer der Schiffsantriebe. Ja, wie jedes vernünftige Museum bieten wir Führungen an, oben im ganzen Haus, aber eben auch speziell hier in diesem Keller, weil die Herren, die diese Maschinen hier reingebaut haben, die ganz besonders lebendig erklären können. Und man kann sich anmelden für diese Führungen auf unserer Internetseite elbschifffahrtsmuseum.de oder einfach anrufen bei uns. Freuen uns! Freuen uns!